Es geht darum, dass wir heute mit der Europäischen Union sprechen. Wir haben heute mit dem Monterhapen verabschiedet, und wir haben heute schon spät verabschiedet. Wir haben heute mit der Europäischen Union, wir haben heute mit der Europäischen Union, und wir haben heute mit der Europäischen Union Wir haben eine Entscheidung, dass wir von Neum, Sebastik, eine Initiative schon konkret haben. Wir haben einen Favorit, dass wir von Schiprien, die Parkanen für den Meer, die Tierra, Wie war die Länder der Ertage? Wie war die Ertage? Wie war die Ertage? Wie war die Ertage? Wie war die Ertage der Kroeminsit Rama in der Macedonien? Wie war die Ertage? Die Frage ist, wie wir die Begründung haben, die Europäische Union? Wir müssen uns die Begründung haben. Wir müssen uns die Begründung haben, die wir uns die Begründung haben und die Begründung haben. Sie können uns die Begründung haben, Herr Ambasador? Bei Balkan EAPU ist eine Initiativ regional mit Paris eine Initiativ regional. Jan Temierbohrer ist in der sichersten Standarte mit den Europäischen Union. Ich denke, für den Opel-Balkan, für uns ist es wichtig. Es ist eine Regionalinitiative. Ich denke, was ist wichtig ist, dass die Standarte der Europäische Union sind auch für das. Was die Balkan EAPU ist eine Regionalinitiative? Ich denke, wie gesagt, für uns, die Standarte, für uns, mit jeder und jeder Regionalinitiative, es wichtig ist, dass die Standarte der Europäischen Union nicht gehen. Das ist die Grundlage für uns. Ich denke, für uns, wir folgen die Entwicklungen. Ich denke, es ist die Politik in Schipri. Sie ist ein Diplomat. Ich denke, es ist die Politik in Schipri. Sie ist die Politik in Schipri. Ich denke, es ist die Politik in Schipri. Es ist die Politik in Schipri. Es ist die Politik in Schipri. Und ich sage, ich werde sieenoßen um. Das ist ja so. Als ich in der Kirche sagte, dass eine große Opposition ist, dass eine große Opposition ist, ist eine große Opposition. Haben Sie einen Präsidenten, der ist glatt, dass sie in der Opposition sagen? So, die letzten Mal in der Kirche, Sie sagten, dass eine starke Opposition sehr wichtig ist für die Lande. Jetzt haben wir einen Präsidenten, der ist schnell ein Opposition. Sie sagen, das ist nicht so? Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident, der ist jetzt hier. Aber ich denke, dass die Präsidenten noch immer mehr Opposition sind. Ich denke, dass der Präsident ist der Präsident. Ich denke, das ist nicht so, dass wir haben, wir sprechen über ob es eine Opposition oder nicht. Es ist eine Funktion. Der Präsident ist, dass sie sich nicht mit dem Präsidenten sind. Es ist eine sehr große Funktion, dass sie nicht mit dem Opposition sind. Es ist eine sehr große Funktion. Aber Sie haben sich nicht mit dem Präsidenten? Sie wollen Sie haben eine Opposition mit dem Präsidenten? Die Frage ist, wenn er aus der Runde kommt, en en